Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Glückstag am 10. Dezember 2018 Diese Aufnahme ist dafür gedacht, glücklich zu sein. Etwas entdecken in unserem Leben, was uns glücklich macht. Jeden Tag mal 10 Minuten lachen, jeden Tag mal 10 Minuten Zeit nehmen, zum Ruhe kommen und dafür sorgen, dass wir etwas im Tag entdecken, was uns glücklich macht. Weil das führt dazu, ein glückliches, zufriedenes Leben zum Führen. Weil es wird den Tag uns begrüßen, wenn wir verabschieden, verabschieden von diesem Leben und wir schauen zurück. Jeder von uns schaut zurück. Und wenn in diesem Moment wir dann denken, mein Leben ist vorbei und ich habe noch nicht gelebt. Das ist bitter. Und das zu vermeiden, ist diese Aufnahme gedacht. Nachdenklich zu sein, etwas verbessern, ein anderes Lebensgefühl zum Entwickeln. Aber nicht nur das, sondern berücksichtigen, welche Einflüsse haben wir von außen. Und hier geht es um kosmische Einflüsse. Es ist eine Wandlung, ein Tanz, eine Bewegung. Und es ist nicht immer die Harmonie. Aber wir können etwas dazu tun, das ausgleichen. Sonne befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion. Das ist die indische Berechnung. Und ich betone das, weil das ist präzis. Sonne im Skorpion befindet sich im Wasserelement. Und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Bei Sonnenaufgang ist noch im Schütze, aber im laufenden Tag übergeht im Steinbock. Hier im Grenzbereich befindet sich Mond. Mars befindet sich im Tierkreis zeichnen Wassermann. Und das gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Das ist Leichtigkeit. Natürlich ist es auch wichtig, von etwas loszulassen, was uns bedrückt, dass wir uns endlich aufatmen können. Merkur befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion. Das sind Handlungen, Gespräche. Und das ist entweder intuitiv. Das gehört auch zum Wasserelement. Oder wir sollen unseren Gefühlen in Ausdruck zu bringen. Das ansprechen, was wir fühlen. Jupiter ist die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Gleich etwas aus. Jupiter zeigt uns aber auch die Ungerechtigkeiten im Leben, dass wir mal da die Augen öffnen und das auch erkennen. Und Jupiter zeigt die innere Sonne unserer Größe. Und wenn wir das erkennen und haben wir dieses Bewusstsein, dann bringt Glück in unserem Leben. Jupiter in Skorpion, nach indischer Berechnung, ich setze, zum Wasserelement. Venus ist die Liebesplanet, befindet sich in Waage, gehört zum Luftelement. Und da brauchen wir die Leichtigkeit. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und sie beeinflussen in unserem Alltag. Saturn hält die Energie zusammen, befestigt etwas, ist immer in die Mitte. Saturn erdelt. Saturn in die Mitte. Saturn belehrt uns, bewegt sich in Schütze. Und das ist Begeisterung, Bewegung, Sport, Aktivität, Reisen. Das, was uns hilft, zeigt uns die große Lehrmeister und auch der Gott der Zeit. Das ist gerade der Zeitpunkt, dieser Zeitqualität, wo wir Ausgleich brauchen. Das ist die Feuer-Element, die Begeisterung, dass wir da in die Richtung aktiv sein sollen. Und die Erde-Element auch mal um die Finanzen kümmern, weil wir brauchen die Sicherheit, Stabilität, Struktur, beruflich, finanziell, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Mond befindet sich im Schütze bei Sonnenaufgang, aber übergeht im Steinbock. Und dieser Mondhaus, wo sich Mond bewegt, heißt Uttarashada und hat mit unserem höheren Bewusstsein etwas zu tun und Würde und Respekt. Und das sollen wir verlangen, auch von anderen, dass wir uns so respektieren, so wie wir sind und dass wir lernen, zu uns selbst zu stehen. Und das war dieser Glückstags-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell. Oder betrifft das die liebe Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte. Aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Ohrzeit, wenn das möglich ist. Weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit. Passt auf euren Lebenssituation. Und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritual-Set besteht aus einer Ritual-Kerze. Dann kommt dazu ein Ritual-Öl. Wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und der zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation. Passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch. Hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nützen, für euch persönlich. Oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.